Heute spielen wir mit Ditzel 1 gegen 1 in Boro Kids. Moin! Ich weiß nicht ob ihr ihn kennt. Ja. Wir haben ein bisschen Training. So, dann lass lass mal auf den hier. Ja, okay. Ja, das war jetzt echt nicht so. Oh, nein, der ist so gut. Der ist schlecht. No skin. No skin. No skin. No skin. No skin. Oh, Alter, da hat mich ein Dawa gemacht. Okay, jetzt kommen die irgendwie nicht mehr. Die hat mir irgendwie keinen Bock mehr, weil wir die einfach nur zerstört haben. Er wird auch zerstört. Das ist so easy. Okay. Wir gehen auf den No skin ersatz. Nein, nein. Der ist hier. Warte, ich mach den, der vorher eine Runde war. Meine ist schon ein Problem, aber. Ja, warte. Ja, warte. Ja, wieder gegen die, die dann, die Vorderung haben wir da waren. Okay, nice. Ja, von heute. Ja, da ging die mal vor und so. Ah ja, der Dumme da. Oh nein, ich, ich bin wirklich sehr low. Zum Glück ist es nicht auf mich. Okay. Hier müsste ich schlecht haben. Ja. Ey, ich will noch treffen. What the fuck? Okay, ein Double Kill. Ey, was ist Double Kill? Ja, ein Nächsten hat, oder? Was meinst du? Hat glaube ich zwei getötet, oder? Ey, aber. Ja. Ich habe ihn doch geschlagen. Warum hast du den Kill bekommen? Was heißt also? Jo, jetzt kann er von den beiden. Ja, okay, lass mal den Kampf kommen. Warum sollten wir verlieren? Okay. Der stirbt, der stirbt. Ne, was? Ja, nicht so. Warte, kurz. Aber sag du im Bordesong, wer bricht voll rein? Aber sag du im Bordesong, wer bricht voll rein? Ja. Ich glaube schon. Nein. Kannst du den mal weglocken? Ich habe ein halbes Herz. Hey. Na ja. Super. Na super. Es gibt es jetzt nicht. Jetzt habe ich gar keine Chance. Doch. Ja, also. Keine Ahnung. Ging zwei ist das schwierig. Ja. Da wäre ein Heidentrank besser gewesen. Pass auf. Kommt. Trink. Trink. Ja. Trink. 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 Wieder spielt gar nicht so schlecht was. Ich habe direkt ausgewechselt. Alles gut. Okay. Ich block seine Hits. Hab ich auch ne Sandblume noch? Ne, ich habe... Ah, mein Helm ist bis auf 35%. Da hat mich. Oh, GG. Trotzdem. Jetzt muss ich mich anstrengen, dass ich nicht sterbe. Also, ich habe wirklich gedacht, ich habe den Sieg jetzt. Aber so schnell kann man sich... Weil... Eigentlich waren die vorher nicht so gut. Aber ich war froh, wo ich den eingetötet habe. Weil da habe ich wirklich gedacht, ja... Eigentlich... Ich hätte es besser nutzen sollen. Weil... Ich hatte 40 Goldäpfel. Ich hatte 25 Goldäpfel mehr als der. Also... Das ist der Bessere hier. Ja, der ist dort. Hast du den Kiel-Kollegen gemacht, ja? Ah, ja. Den kannst du machen. So, ich komm. Ich komm doch einfach. Gut. GG. Das ist gegen die Gleichung. Das ist so dumm. Ah, sie... X-X. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Lol. Hier konnte ich mich selber nicht sehen. Okay, nice. Okay, dann war's das für die... Äh... Für diese Folge mit Titzel. Das ist ja das nächste Mal. Oh, 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 oh.